Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder ein Lucky Block Video. Das habe ich früher auch wieder, also so, so oft gemacht. Und heute gibt es ein Lucky Race mit unserem Corona Lucky Block. Hier der Virus Lucky Block. Und mein Gegner hier ist der Chaos. Hallo. Der ist unter anderem Techniker für mein Server-Netzwerk für die Lucky Blocks. Wir haben hier, das Modpack hat sich extrem erweitert. Also wir haben hier sau viele Lucky Blocks. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann kann ich gelegentlich mal wieder so ein Lucky Block Video raushauen. Ihr könnt auch gerne Wünsche äußern, jetzt in den Kommentaren. Jetzt ist allerdings erst da der Virus zurück. Ich muss mir hier meinen Spawn-Punkt setzen. Ich hoffe, ihr wisst, wie Lucky Race funktioniert. Ist ganz, ganz einfach. Wir müssen jeden Block abbauen. Und wer am Ziel ist, bekommt die guten Blöcke. Aus den guten Blöcken droppt dann richtig guter Stuff. Und ich würde sagen, wir machen einen Timer. Timer Add 10. Und dann läuft ein Timer runter. Und bei 0 müssen wir losrennen. Und am Ende gibt es ein Battle. Und wer das gewinnt, hat natürlich die Folge gewonnen. Von daher unbedingt dranbleiben, um rauszufinden, wer der Gewinner ist. Es ist vorbei und es geht direkt los. Ich habe direkt guten Stuff. Oh nein, jetzt... Naja, das war jetzt nicht so gut. Jetzt ist mir... Oh! Ich habe die Toilettenpapierrüstung. Ich habe den Bogen. Du hast den... Was für einen Bogen? Loll. Virusbogen. Egal, egal. Juckt uns erstmal nicht. Your wish came true. Okay, ein paar Diamanten und so. Ich gebe es einfach voll Gas. Oh, oh, oh. Warte, da war eine Potion dabei. Das checken wir am Ende. Wir müssen natürlich das Raid versuchen zu gewinnen. Der Endertrache! Hui! Okay. Ich habe auch hier Desinfektionsmittel bekommen. Eine Hose habe ich leider noch gar keine. Aber gut. Warte. Okay, ein bisschen davon. Alter! Das... Oh! Grüne Pizza! Das hört sich gut an. Im Deathmatch hat jeder ja dann drei Leben. Oh, hier ist Silber des Silberfisches. Okay. Okay. Was? Stay at home. Ja, Leute. Stay at home. Das ist noch aus dem ersten Lockdown. Mittlerweile heißt es eher, geht arbeiten. Bleibt ansonsten daheim. So in etwa. Egal. Hier haben wir wieder TNT. Da haben wir... Nein! Nein, Boote! Verdammt, Mann. Der Inventory-Filler ist das Schlimmste überhaupt. Hasse ich. Aber so vom Staff her bin ich zufrieden. Ich habe nur noch keine geile Waffe. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Oh, eine Hose. Habe ich wirklich Boote eingebaut in der Lucky Plot? Ja, ja. Da sind Boote drin. Oh, ich habe spät. Oh, da ist ein Virus. Und aus dem Virus können wir was craften. Das ist eine Virusstruktur. Warte. Da ist nämlich hier was drin. Ah, nice. Warte, wir trocken das da mal weg. Nehmen das da mit. Das da. Oh, das da mit. Das da mit. Und die Sticks. Ja, da muss ich gucken, weil ich habe kein Holz jetzt zum Craften. Das ist ein bisschen kacke. Ich bin fast am Ziel. Es ist schon wieder dunkel. Oh, nein. Ich habe auch... Nein. Verdammt, schon wieder. Das so kurz vorm Ziel ist so richtig mies einfach. Ich habe doch Enderperlen. Fuck, aber ich sehe halt nichts. Ja. Was ich eigentlich lustig finde am Virusblock? Oh, mein Gott. Mir haben die Ampel vorhergesagt. Ja, ja, ja. Ich habe mich gesaved. Stopp. Nein. Ich habe mich gerade so richtig episch gesaved. Und ich bin an dir vorbeigezogen. Mit der Enderperle. Oh, nein. Oh, verdammt. Oh, Mann, Alter. Also, wir haben eine komplette Toilettenpapierrüstung. Wir haben eine komplette Virusrüstung. Aber ich habe halt absolut gar kein Schwert. Ich könnte damit halt das machen. Und aus... Ah, ja. Das ist unser Ziel. Genau das werden wir machen. Ich gehe mal in DM1. Gehen wir rein. Das heißt Deathmatch 1. Und hier wird jetzt gleich gebattelt. Da hauen wir uns jetzt die Sachen hier komplett um die Ohren. Ich bin mal gespannt, wer gewinnt. So. Das Deathmatch kann beginnen, wenn der Timer auf Null ist. Ja. Es geht jetzt ums Überleben. Ich habe einen Plan. Ich weiß genau, was ich tue. Und es wird jetzt heftig. Also ab jetzt kann gebattelt werden. Jeder hat drei Leben. Und nach jedem Mal muss man sich dann neu, äh, wie sagt man, äh, töten, dass die Effekte weg sind. Jetzt muss ich schnell sein. Bam. Oh lol. Äh, Mist. Oha, scheiße. So. Okay. Das Gute ist jetzt, ich weiß, was Chaos vorhat. Und ich weiß, was ich vorhab. So. Ähm, zack. Warte. Nein, 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 nein. Vercraftet. Und nein, 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 nein. So, dass ich wenigstens etwas habe. Machen wir so. Bam, bam. Geil. Hey, dieses Crafting-Rezept ist einfach falsch, was du da gemacht hast. Ich habe das nie behoben. Ich habe gedacht, ich habe das mal behoben. So. Nice. Dann, äh, machen wir so. 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 Ey, das ist so OP, dieses Schwert, was ich hier jetzt gerade crafte. Achtung. Bam, bam. Wir haben das Ultimate Pandemic Sword. Nice. Ja, übrigens Danke, dass du mir auf die Idee gebracht hast. Jetzt habe ich es auch. Uhhh. Verdammt. Ich habe das Ultimate Pandemic Sword. Ich habe das Ultimate Pandemic Sword. Jetzt ist die Frage, wo ist er? Jetzt kommt es wahrscheinlich auf den ersten Schlag an. Weil das macht 2020 Damage. Oder was? 2019? Ne, 2020. 2020. Das müssen wir erhöhen. Das müssen wir updaten auf 2021. Jetzt ist die Frage, wo bist du? Unten im Loch? Nee, 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 nee. Hä? Wo bist du? Hau raus. Komm. Du versteckst dich irgendwo. Was? Ich bin hinter dir hergerannt. Hey, nee. Ah lol. Du bist einfach viel zu schnell, ne? Ich sehe dich gar nicht. Boah. Oh, der hat den Bogen. Alter. Hä? Aber warum habe ich den Virus-Effekt? Ich habe Virus-Rüstung. Ja, ich auch. Hast du den auch? Ja. Ich habe keine Ahnung. Alter. Ich bin wieder auf dem Dach. Alter. Hä? Dieser Drecks-Virus-Effekt. Okay, mit der Werte kann ich nichts zu rasten. Hä? Ja. Alter, du warst viel zu schnell. Ich habe einfach blaue Herzen. Holy shit. Slash kill. Meine Rüstung komplett kaputt. Deine auch? Das, was zerstörbar war, schon. Gibt es was, was nicht zerstörbar war? Ja. Oh nein. Aber es ist nur die Hälfte der Rüstung, leider. Verdammt. Ich habe nichts mehr. Das kann ich mir noch gönnen. Und dann brauche ich halt dieses da. Oh, oh. Also ja, ich glaube, du hast... Könnte sein, dass du eventuell gewonnen hast. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay. Let's go. Drei, zwei, eins. Chaos hat noch zwei Leben. Ist die Frage, wo ist er wieder? Woher rumlümmelt? Er hat halt auch einen krassen Bogen. Das ist halt... Problem, sobald du einmal nahe mir rankommst, trifft hier nichts mehr. Echt? Wo bist du? Ja! Ich habe dich erster gekillt! Die Pfeile haben mich später getroffen. Das heißt... Hä? Wie habe ich dich gerade mit dem Bogen getroffen? Ja, du hast halt in dem Moment noch geschossen, aber ich habe dich in dem Moment geschlagen. Ich wollte den Stahl schlagen. Chaos hat noch ein Leben. Ich habe noch alle drei Leben. Oh Gott. Okay. Drei, zwei, eins. Let's go! Alter. Das ist jetzt... Das ist jetzt gerade... Äh... Jetzt... Nervenkitzel. Ich kann das gewinnen. Das ist dann einfach mein Lucky Block Comeback, Alter. Das ist... Das ist... Uuuuuhh. Upsi. Chaos? Ja. Ah, da ist er. Wow. Hä? Wo bist du hin? Ah lol, da. Bam! Nein! Ah, verdammt. Und jetzt habe ich keine Rüstung mehr. Jetzt ist es vorbei. Ich habe auch nichts mehr gesehen. Ähm... Okay. Let's go. Drei, zwei, eins. Go! So eine Kacke, ey. So. Ähm... Zack. Das bringt halt alles gar nichts. Obwohl doch. Ein bisschen was. Uuuuh. Shit. So. Das da noch. Komm. Obwohl, warte. Ja, mach es so. Chaos! Da steht. Wo zur Hölle bist du? Wo bist du? Da, wo ich immer war. Wo anders? Gott, ey. Mein Pfoff spackt so rum. Komm her. Alter. Nein! Hä? Alter! Mann! Was hast du drin? Scheiße, Pizza. Ich habe einfach gar nichts mehr. Hä? Jetzt ist es aus mit Pizza. Jetzt ist es aus mit Pizza. Okay, letzte Runde. Jeder hat nur noch ein Leben. Drei, zwei, eins. Let's go. Das ist jetzt einfach nur noch spannend. So. Zack. 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 Wenn du jetzt keine Pizza mehr hast, dann ist es gut. Wo bist du? Wo bist du? Hey, jetzt bist du weg, oder was? Ja. Wo bist du hin, Mann? Ich sneak wieder mal. Hä? Hä? Hattest du nichts mehr, oder was? Äh, doch. Aber ich wollte Potion auf die werfen. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt, okay. Leute, ich habe mal eine Runde gewonnen. Freut mich übel. Lasst unbedingt ein Like da und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mich auch irgendwie wissen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.